Hallo zusammen, ich habe hier ein RivaCold Splittkühlaggregat, also eine Splittversion und den passenden Verdampfer dazu. Das brauche ich, wenn ich eine Kühlzelle in einem Raum drin habe ohne Fenster, ohne Abwärme, dass ich die Kühlmaschine extern setzen kann. Auch das ist nicht immer möglich, aus diesem Grund habe ich hier ein Kühlaggregat, das hat hier keinen Wärmetauscher drin, sondern wir haben hier ein wassergekühlter Kühlaggregat. Wir sehen hier, wir haben hier oben den Einlauf vom Frischwasser, dann geht das hier über ein Mischventil, also ein Wassersparventil, hier kann ich dann die Wassermenge einstellen, die ist aber Temperatur- bzw. Druck gesteuert, wird ein Wärmetauscher runtergekühlt und das Abwasser, das geht dann hier wieder oben raus. Warum brauche ich statt einer luftgekühlten Anlage eine wassergekühlte Anlage? Wenn ich dieses Teil, irgendwo in einem Keller montiere, der keine Zuluft hat, im dritten Stockwerk, ich kann das Teil nicht rausstellen, sondern ich muss es in diesem Keller montieren und hier habe ich eine Wärmeleistung von 2000 Watt, das ist dann so wie ein Heizlüfter, der immer läuft, auch im Sommer. Und so muss ich die Wärme irgendwo wegbringen und bei diesem Aggregat kann ich das über Wasser. Das heißt, Wasser hat eine Temperatur vielleicht von 15 Grad, hiermit kühle ich dann das Kühlaggregat runter, weil ein Kühlaggregat kann ja nicht kühlen, das kann nur Wärme entziehen. Und zwar hier aus dem Kühlelement, da ziehe ich Wärme raus, aus dem Kühlraum, dann wird es da weniger warm oder kühler und diese Wärme wird dann hier übers Wasser abgegeben. Und so kann ich irgendwo im Keller solch ein Kühlaggregat montieren. Der große Nachteil ist aber, ich brauche Wasser. Früher war das eigentlich kein Thema, hatten wir keinen Wasserzähler, das Wasser ist einfach durchgelaufen, Punkt, fertig. Heute hat jeder einen Wasserzähler drin, zahlt dafür sogar Abwasser. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen zweiten Zähler macht und nicht Abwasser bezahlt, sondern nur halt Frischwasser, aber da muss separat abgeleitet werden ins Meteorwasser, das wieder getrennt. Aber in der Regel zahle ich dann für jeden Kubikmeter Wasser, der hier durchrennt, Wassergebühren und die gehen ins Geld. Nur, wenn keine andere Möglichkeit da ist, diese Wärme wegzuführen, in einem Keller, wo ich wirklich nicht irgendwo eine Leitung nach draußen legen kann, das Aggregat draußen montieren, da gibt es noch Argumente, dass das Teil keine Wärme, kein Lärm macht draußen, es darf aus optischen oder historischen Gebäude gründen, weil das eine Altstadt ist oder sonst irgendwas, nicht montiert werden, dann muss ich das im Gehäuse, im Gebäude montieren und halt mit Wasser kühlen. Ja, das ist ein wassergekühltes Kühlaggregat. Bemo ist ja der einzige Händler in der Schweiz, der von RivaCold Kühlaggregate bekommt, direkt aus Italien. Alle anderen müssen über den Großhandel einkaufen und so weiter. Ich mache euch hier einen Link zu einem Video, gleiche Aggregat, einfach luftgekühlt. Der Kühlaggregat hatte aber hier trotzdem einen Lüfter drin, aber kein Wärmetauscher. Warum? Weil dieser Kompressor muss im Luftstrom stehen und der gibt trotzdem noch ein bisschen Wärme ab. Aber ist natürlich im Minim, weil der Hauptwärme würde über den Wärmetauscher abgehen. Vimo ist der einzige Kunde von RivaCold in Italien. Alle anderen, die RivaCold Kühlaggregate haben, kaufen die über Deutschland, Frankreich oder sonst so ein, weil es gibt kein Lieferant, kein Kunde mehr, der die Ware direkt von RivaCold beziehen kann. Ich mache euch hier einen Link zum anderen Kühlaggregat, eigentlich luftgekühlt, wenn ihr kein Splittstopfer wollt. Und hier die neue Stopferversion von RivaCold, die Best-Serie, ist jetzt seit ein Jahr im Sortiment und ich wünsche euch einen schönen Tag. RivaCold.